Hallo, hallo zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mal wieder mit auf eine Convention und zwar dieses Mal die Animaco in Berlin. Wir haben aktuell Ende Oktober und ich weiß nicht wann ich das Video hochladen werde, deswegen zur Orientierung. Ich habe hier einen kleinen Stand und ich bin drei Tage hier und stehe mitten bei den großen Händlern, genau dazwischen mit einem einzelnen kleinen Tisch. Mal schauen wie das wird, ich bin gespannt und ich nehme euch ein bisschen mit. Hallo meine liebe Standhelferin von heute. Ich finde es sehr toll wie motivierte Films, Sarah. Die Jumonie wird kleine Töpfchen auf dem Boden. Ich finde es gut. So, heute ist der zweite Tag bereits der Animaco. Heute war schon echt viel los, ich kam noch nicht wirklich zum Film. Aber viel gibt es an meinem Stand gerade nicht mehr und deswegen würde ich sagen, ich habe ein bisschen Zeit und schaue jetzt ein bisschen über die Convention. Heute habe ich wieder die Matthias als Standhelfer mit dabei. Heute habe ich wieder die Matthias als Standhelfer mit dabei. Guten Morgen. Heute ist inzwischen der dritte Tag auf der Animaco und heute ist es ein bisschen ruhiger. Ich kann auch gerade gar nicht so viel machen an meinem Stand und deswegen lasse ich jetzt meinen lieben Standhelfer hier ein bisschen alleine. Und ich würde sagen, ich schaue mich jetzt ein bisschen um auf der Convention. Matthias, Essen besorgt. Dankeschön. Und die Convention ist gleich vorbei. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich muss es langsam anfangen. meinen Stand abzubauen und hier alles wieder einzupacken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich ganz doll darüber freuen. Und hey, abonniert doch auch meinen Kanal, damit passiert zukünftig keine Videos von mir. Und ich freue mich dann noch mehr. Und wenn ihr jetzt noch mehr sehen wollt, hier oben geht es noch zu einem anderen Convention Video. Und hier könnt ihr noch mit mir häkeln. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.